Guck mal, Caspar! Schau dir mal diese krassen Achterbahnen hier an! Alter, seht die wild aus auch da oben, so ein Looping oder sowas! Hab ich dir schon meine neue kleine Noob-Armee gezeigt? Auf euch! Dreh dich auf! So! Hey, auf damit! Das ist heute die Noob-Achterbahn! Oh mein Gott! Die ist richtig, richtig verrückt! Okay, komm, ich will sagen, jeder holt sich einen Wagen oder was? Ja, auf jeden Fall, jeder holt sich einen Wagen! Okay, okay, dann hol ich mir den hier mal! Oh mein Gott! Komm, du darfst hinten sitzen! Warte mal, meine Noob-Armee! Ich lad meine Noob-Armee hier gleich ein! Ja, ich darf auch! So, zack! Okay, jetzt geht's! Ey! Ich konnte die jetzt gar nicht mitnehmen! So, alles einsteigen, bitte! Aha, guck mal! Ey, was machst du denn? Ach, Mann! Ja, ich wusste nicht, wie man das richtig steuert! Warte mal, ich muss es nochmal machen! So! Ah ja, jetzt ist er im Weg gegangen! Okay, warte dann! So geht's! Nein, komm, du musst hinter mir! Ach so, bei dir mit rein! Sonst fahren wir gleich verschiedene Wege! Nein! Ach so! Okay, pass auf! Alles einsteigen! Noobs, alle hinten rein! Ja, Noob 1, 2, 3, 4, zack! Los jetzt hier! Alles einsteigen, meine Freunde! Oh Gott! Verrägter! 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 Muss man das denn drücken? Muss man denn mit der Mauskopf drücken? Musst du stehen bleiben! Musst du stehen bleiben! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja, ja, ja! Ich muss hier nur langsam... Ah, so funktioniert das! Okay, so! Oh Gott! Ja, ja! Du kannst ganz schnell voll fahren! Los! Ich nehm die alle mit! Und direkt voll, ne? Bam! Direkt! Jo! Ist voll! Oh, und Abflug! Oh mein Gott! Man kann die auch richtig schnell fahren, ne? Musst du aufpassen! Wow! Schneller! Schneller! Alter, das war so knapp gerade! Ich muss mal eigentlich stoppen! Ey Bro! Die macht Kamikaze! Gibt Kamikaze gemacht! Mano! Oh! Okay, ich bin jetzt hier gerade unterwegs auch mit meinem richtig coolen Ding! Zack! Mit dem Zuschauer glaube ich hier sogar hinten! Ja! Liebe Grüße! Einsteigen! Oh Gott! Und ich komm eigentlich ganz gut durch hier mit meinem, mit meinem äh... Wie nennt man das? Hallo ihr Loops! Mit meinem Gefährt jetzt hier! Bitte einsteigen! Ich hab doch alle Loops hinten drin! Du auch oder was? Ja, ich muss gerade noch mal neu! Ja, gut! Okay, mehr krieg ich nicht mit außer so! So! Okay, los geht's! So schnell es geht hochzufahren! Oh mein Gott! So, Abflug! Das war knapp hier gerade! Ach, das ist das... Ah, der kennt uns gar nicht! Der schreibt gerade! Wow! 412.000 Abonnenten! Hä? Was? Ich schreibe Französisch! Ach so! Okay! Okay, ich bin jetzt fast hier bei der Spirale ganz oben! Ja! Warte mal! Ich seh ich! Ja, ich komm! Ich komm! Nein! Hä? Ich war doch nicht zu schnell oder? Oder war ich wirklich zu schnell? Du hast nicht mehr als 30 kmh ungefähr fahren! Ach so! Ach so! Ja gut! So, ich hab jetzt endlich mal... Jetzt probier doch auf Deutsch zu schreiben! Ich klaue der jetzt hier das... Ey! Ich wollte der gerade das Auto klauen! Oh Gott! Vorsichtig! Oh! Oh! Eingetütet! Geht das? Oh mein Gott! Ich hab nen Checkpoint! Ich hab nen Checkpoint! Ich warte auf dich! Ich warte auf dich! Ich komm! Ich komm! Ich komm! So! Steigt mal ein hier! Klein Noobs! Rein mit euch! So! Alle einladen! So! Ist voll! Okay! Nicht schneller als 30! Das ist ja machbar! So! Hier lang! Oh Gott! So! Gleich ganz oben! Nein! Will ich nicht! Wir haben einen verloren! Oh Gott! Stimmt! Der Arme Alter! Schwer aber mehr Spaß steht da! Oh nein! Na ja! Okay! Das kann ja jetzt was werden! Okay! Weiter hier! Sehr gut! Und auch hier schon! Achtung! Oh Gott! Scharfe Linkskurve! Passt bloß auf da! Ganz scharfe Linkskurve! So! Darf man nicht so schnell fahren! Mach mal! Nein! Nein! Warte mal! Nein! 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 Das war zu schnell! Kann ich irgendwie ziehen? Nein! 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 Mann! Okay! Warte! Kein Problem! Jeder mit ein! Jeder mit ein! Ja! Jeder mit ein! Dann fahren wir den rechten Weg! Okay! Ich steig ein! Vielleicht ist der rechte Weg ja leichter! Mal gucken! Hey! Okay! Komm! Funktioniert! Funktioniert! Steig ein! Das funktioniert! Steig einfach ein! Der doppelte Wagen ist das jetzt! Oh Gott! Der doppelte Wagen! Oh mein Gott! Okay! Ready? Ja! Let's go! Steig mal einen nach hinten! Ich gebe Vollgas! Steig mal einen nach hinten! Ich gebe Vollgas! Ich gebe auch Vollgas! Wow! Nein! Okay! Warte! Warte! Ich spawne du zuerst! Okay! Mach du den! Ich hole den hier einfach! Okay! Wir fahren mal zwei verschiedene Wege! Ja! Aber das ist nicht schlimm! Letztendlich komme ich wieder auf das Gleiche! Okay! Stimmt! Du hast recht! So! Alles einsteigen! Einmal bitte voll wachen hier! Sehr gut! Oh mein Gott! Von hinten! Ich lebensmüde! Das sehe ich sofort! Oh nein! Ich fahr lieber los! Okay! Ich auch! Du hast den Zweifel jetzt aber offen ne? Ich weiß! Ich denke da nicht zu schnell fahren! Oh Gott! Alter! Mein Ding ist mega schnell! Drecksen! Du bist zu schnell! Wisst du jetzt schon, dass du zu schnell wirst? Ne! Man muss nur ein Profi sein! Hier ist die einfache Route! Hau rein! Aber meine ist dafür die kürzere Route! Oh Gott! Nein! Nein! Ich bin einfach drauf! Ey! Siehst du mich hier hängen? Wo bist du? Warte mal! Kannst du bei mir einsteigen? Warte mal! Ich komme da mit dir vorbei gleich! Ja ja! Ich komme hier noch nicht hoch! Ich komme hier noch nicht hoch! Warte! Muss Anlauf holen! Muss Anlauf holen! Jetzt aber! 20! Ja! Reicht das eigentlich schon nicht mehr? Was machst du? Ich wäre doch da vorbeigekommen jetzt! Ich bin runtergefallen! Und noch eine andere! Warte! Ich bin auf dem Weg! Vollgas! Bitte! Bitte Vollgas! Okay! Ich komme! Ich komme! Was passiert? Man schafft hier die Kurve nicht! Mach auch die schwere Strecke! Das geht schon! Ja ja! Ich bin hier auf dem Weg! Aber langsam jetzt! Langsam! Du musst auf jeden Fall richtig Anlauf holen da unten! Oh Gott! Jetzt aber! Ja! Ja jetzt schaffe ich es endlich hoch hier! Alter! Das war voll schwer da oben! Da bist du! Warte! Als ob das schwer war! Oh Gott! Ist ich Vollgas oder was? Ey Bro! Vorsicht! Vollgas! Ja da musst du Vollgas geben! Vollgas! Nein! Du hast mich veräppelt! Nein du musst doch wirklich Vollgas geben! Du hast mich echt veräppelt! Nur das ist die einfache Strecke! Ist mir egal jetzt! Ja okay mach doch! Mach doch! Müsst du noch da oben oder was? Ich bin noch oben aber ich mache hier gerade die Abkürzung! Sein Urgroßvater! Oh mein Gott! Okay ich gehe das Vollgurin! Mal gucken! Oh mein Gott! Digga! Als denn das funktioniert! Ey wenn das klappt! Zum Checkpoint hier! Du hast was geschafft oder was? Ich bin beim Checkpoint! Warte mal die Strecke ist ja übertrieben einfach! Welche ist die leichte oder was? So! Hey guck mal! Wieso? Ich bin jetzt auch da! Hä? Was? Wie schnell ging denn das jetzt gerade? Die Einwahrroute war ja richtig einfach! Aber echt! Aber guck mal wer! Da blockiert einer vor dir! Da blockiert einer vor dir! Die musst du wegraben! Oh Alter! Jo! Nicht schlecht! Okay! Einsteigen die Minimis! So! Einsteig ein Jahr! Und jetzt glaube ich auch noch den... Ich habe auch noch das Auto geklaut! Okay komm weg! Hä? Oh nein! Oh nein! Warte mal! Hier muss ich auf den Knopf drücken! Du hast den neuen geholt! Anschalten! Loli kann man die Weiche nur hin und her! Weg mit der! Alter! Was wird die so schnell fahren? Was wird die so schnell fahren? Der eine hat ein Raketenmobil! Oh Gott! Ist das richtig? Nein! Bro! Du musst aufpassen! Da musst du die ganze Zeit so Maps hin und her schieben! Maps hin und her schieben? Oh ja! Komm wir müssen zusammen in einen! Ey! Ich glaube ich muss auf der Seite machen! Kann er bitte abbauen? Finde den richtigen Weg! Verwende die Schiefe! Ja! Koste ich von dem her geklaut habe! Yo! Yo! So Raketenwagen! Ah! Der hat es zurückgeholt! Verdammt! Okay steig ein bei mir! Steig ein bei mir! Ich komm! Wo bist du? Da vorne! Ich komm! Du musst auf Schieben drücken! Dann fährt das Ding rüber! Und jetzt können wir da gleiches! Da lang! Genau! Wow! Wie cool! Und ich drücke immer auf Schieben! Oh mein Gott! Pass auf! Was machst du? Wieso gibst du so viel Gas? Ich dachte wir können fahren! Hatte mich selber noch vollkass? Nochmal jetzt! Warte! Warte! Jetzt weiß ich jetzt weiß was wir machen muss! Jetzt check das erst! Du musst ganz langsam! Du musst ganz ganz langsam das machen! Ja! Und los! Kein Problem! Ich soll jetzt auch einen Noobs mitnehmen! Schnell! Dreck schieben! Dreck schieben! Nein! Bro wie fährst du? Das kann nicht wahr sein! Nein! Wie fährst du? Das darf doch wirklich wahr sein! Warte ich drücke jetzt bei dem Schieben! Oh mein Gott! Das ist ein Fake-Bahn glaube ich! Ich weiß! Okay warte mal! Lass den Linken jetzt hier nehmen! Ja ok komm! So! Jetzt aber! Komm schon! Jetzt ganz langsam! Das sei ein Hobel! Das habe ich vergessen! Ganz langsam! So! Pass auf! Ich drück auf Schieben! Ich drück auf Schieben! Und! Schieben! Was? Du Bro! Wie fährst du? Du hast den Führerschein gemacht! Ah! Oh Gott! Okay! Siehst du das war richtig schnell! Nein! So knapp davor! Warte ich! Komm her gelaufen! Ey! Aber dafür ruiniere ich das jetzt! Wenn der kommt! Ah! Ich mach allem überspringen! Ich mach's überspringen! Ich mach's überspringen! Ja! Okay! Dann haben wir jetzt Ruhe jetzt hier! Hier sind nämlich noch mehr Noobs! Dann kannst du direkt hinter mir fahren! Können wir auch einen neuen Wagen jetzt mal holen? Ich will mal so eine coole Rakete auch haben! Das sieht ja echt cool aus! Den Wagen kann man aber für Punkte kann man sich einen holen! Die Punkte! Ah! Okay! Ich hab acht! Ach! Die mehr Passagiere! Ja! Und du quasi ans Ziel bringst! Okay! 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 Fahren wir uns hervor bitte! Ja! Okay! Passagiere! Bitte reingeladen! Ich fahr hier schon mal hoch! Ja! Ich fahr hier schon mal hoch! Ich fahr hier schon mal hoch! Ja! So! Alle voll! Also 1,2! Ich bin hier mit meinen Noobs unterwegs! Mit wie viel kmh fährst du hier hoch? Vollgas! So doll es geht! Oh Gott! Los! Schneller! Schneller! Ich glaube... Alter! Die Spirale sieht doch richtig krass aus! Alter! Wie hoch geht die? Da riecht es gerade aus! Das ist so ein... Ah! So ein kleiner Trick oder so! Ich seh das da oben! Stimmt! Das ist ein Schild oder sowas! Ein Schild? Ja? Ja, ja, ja! Ehrlich? Von mir ist kein Schild! Da oben ganz oben steht auch so ein blaues Schild! Oh Gott! Ach ja! Hier musst du aufpassen! So! Jetzt kann man wieder Gas geben! Hier meintest du! Ich meinte noch weiter oben! Ja! Das Schild da oben sich auch! Da steht auch was drauf! Da steht... Langsam aber sicher! Oh mein Gott! Alter! Auf der Graden wurde ich grad so mega schnell! Kannst du nicht lesen! Der höchste Punkt glaube ich! Genieß die Aussicht da! Oh! Da noch mal die richtig krasse Fahrt nach unten ins Ziel! Ja! Ja! Ja genau! Okay jetzt hier schön! Oh! Ja! Weiter! Ey wir sind genau... Übereinander! Stimmt! Stimmt! Halt nur ein unterschiedlich! Wie das aussieht! Wie das aussieht! Wie das aussieht! Oh mein Gott! Das ist jetzt richtig cool! Das ist echt die höchste Aussicht! Das ist jetzt hier! Alter! So weit oben war noch keiner! Vollgas! Ja! Mein Gott! Sehr gut! Ibi! Achterbahn! Oh! Weiter geht's! Oh! Oh mein Gott! Die schwarzen Schienen verschwinden alle paar Sekunden! Oh! Nein! Ich komm nicht hoch! Nein! Oh oh! Oh Gott! Ich komm den Weg da nicht hoch! Komm! Bitte jetzt gönn! Komm die jetzt wieder? Mit einem Lauf! 40, 50, 60, 70... Schwarze Schienen! Schwarze Schienen! Oh mein Gott! Du musst aufpassen! Hier sind jetzt die schwarzen Schienen! Bro! Ich komm da nicht hoch! Als ob! Ich komm hier nicht hoch! Du musst dich einsammeln! Wie denn? Warte mal! Kann ich hier vielleicht übelst abkürzen? Oh! No way! Kann ich hier abkürzen? So warte! Wo bist du? Bist du da ganz hinten? Hier unten ist das Finish! Sehe ich gerade! Ah! Ich seh es da ganz hinten! Aber ich glaub ich kann sogar auch echt abkürzen! Warte mal! Kann man da runter? Kann man da einfach runterspringen? Nein! Oh mein Gott! Das ist gerade so knapp! Ich bin gerade fast... Du musst mich einsammeln bitte! Was? Ich bin falsch gefahren! Nein! Was? Ne doch nicht! Ich kam noch nicht hoch! Alles gut! Ich kam noch nicht hoch! Ich muss hier gerade über die Schienen laufen! Ich lauf hier gerade über die Schienen! Ehrlich! Ich seh dich! Wo bist du? Ich warte hier! Wo bist du denn? Ach da! Ja! Okay! Ich komm! Ich komm! Ich warte kurz! Ich warte kurz! Los! Ich komme! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh die Schiene wäre gleich fast despawned! Okay! Ich komm! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß wie wir fast despawned! Okay! Komm rein jetzt hier! Oh mein Gott! War das knapp! Nein! Du bist... Nein! Sicher? Okay! Warten! Warten! Ja diesmal habe ich hoch geschafft! Okay! Eben habe ich es nicht hoch geschafft! Ja! Okay! Ich dachte hier bin ich den falschen Weg gefahren! Weil ich dachte zunächst mal gar nichts! Okay! Gib Stunde! Oh Gott! Oh Gott! Über die Zeit schauen wir nicht! Schauen wir nicht! Doch doch! Nein! Bist du lebensmüde! Mann! Was machst du? Nein! Wir haben es nicht geschafft! Verdammt! Leute! Wir haben auf jeden Fall so viele Dupes mehr Konten nach Hause gebracht! Wenn es nicht gefallen ist, lasst mir gerne mal ein Like und ein Abo! Da tut mir die Qualität! Gucken wir uns von diesen beiden Videos bis zum Ende! Es lohnt sich! Wir sehen uns im nächsten Video! Bis dahin! Ciao, ciao!